Ja, was ihr hier seht, ist ein Brainstorming zum Thema Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit Steuerberatern. Aber auch nicht nur unseres Unternehmens, sondern insgesamt, wie Steuerberater mit Unternehmen viel besser und enger zusammenarbeiten können. Dazu hatten wir heute Morgen wieder unsere Bilanzbesprechung mit unserer Steuerberaterin hier in Düsseldorf. Und auch sie bestätigte, sie haben wirklich einen riesen Aufwand mit dem Austausch von Daten, speziell im HR-Bereich von den Mandanten, zu ihrer DATEV-Lohnbuchhaltung. Und hier setzen wir an mit Produkten, die dem Unternehmen auch zu Vorteilen gereichen, weil nicht nur die vorbereitende Lohnbuchhaltung ein Thema ist, sondern einfach der Arbeitsplatz auch ein anderer geworden ist. So die Mandantenbindung im digitalen Falle ist viel höher und Prozesse wie die EAU und andere Dinge, der Datenaustausch insgesamt, kann besteunigt werden. Also viele manuellen Tätigkeiten fallen weg. Und wer will heute als Steuerfachgehilfen oder beim Steuerberater selbst auch als Quereinsteiger mit Softwarepaketen arbeiten, wo ich jeden Tag irgendwelche Excel-Listen oder irgendwelche Faxe oder E-Mails umsetzen muss, in eine Datenbank oder in DATEV selbst, was ja auch nicht immer so einfach zu bedienen ist. Und hier helfen wir, dass wir diesen Zeitmangel, den wir teilweise auch haben, weil wir kriegen ja auch keine Leute auf dem Markt, den können wir sicherlich zum großen Teil kompensieren mit innovativen Methoden. Und wir haben viele Vorteile nicht mehr für den Steuerberater selbst, sondern eben für den Mandanten, dass die ganzen Payslips auch nicht mehr über Unternehmen online abgerufen werden müssen, dass sie im HR-System im Unternehmen selbst sind, dass die Krankmeldung im System bis rüber nach DATEV gehen, dann die SV-Abfrage kommt über das Personiosystem zum Beispiel oder über DATEV in Personio rein oder andere Systeme, die der Kunde nun anbietet. Und wir selbst haben Personio im Einsatz, aber auch andere Systeme sind denkbar, Steuerberater haben oft eben DATEV oder auch ähnliche Systeme im Einsatz und die funktionieren aber nicht richtig zusammen. Wir sehen das ja bei den Ärzten mit der EAU, was ein großer Aufwand da ist, wenn man kein technisches Verständnis hat, kein Prozessverständnis, dann kann man noch die tollen Angebote bekommen, aber es geht einfach nicht nach vorne und die Arbeit türmt sich auf. Und genau da sind wir seit 22 Jahren nicht euer Partner, nämlich im Bereich der Digitalisierung von HR-Prozessen. Und gerade als Steuerberatungskanzlei oder als Unternehmen auf den beiden Seiten können wir jetzt die Vorteile ausschöpfen und ohne Digitalisierung, seien wir mal ehrlich, dann wird es in der Zukunft nicht gehen. Und jetzt starten, weil die Prozesse werden jetzt massiv digitaler, wir haben ja diese große Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und wer jetzt nicht startet, der wird später unter die Räder kommen und die Kosten werden exponentiell steigen. Und ihr werdet auch keine Arbeitskräfte mehr bekommen, die mit diesen Systemen arbeiten wollen. In diesem Sinne, ruft uns an, wir haben pfiffige Lösungen, die weit über das rausgehen, was ich hier gerade gesagt habe und wir einen sehr schnellen Return of Investment bekommen können, schon wenigen Monaten. Und die Einführung von solchen Systemen, das ist oft eine Sache von Wochen oder von wenigen Monaten, je nach Komplexität und Firmengröße. Ruft uns an, mein Name ist Dirk Linn und das Team von Permanent freut sich auf deine Anfrage und ich bin mal gespannt, was wir gemeinsam reisen können. Bis dann und es freut sich nicht nur der Steuerberater, sondern ihr und wir uns auch eine Win-Win-Win-Situation. Macht's gut!